Hier sind wir jetzt bei einem neuen Overwatch mit, äh, vollkommen geiler Stimme, ja? Alter Vater, ey, leckt mich am Arsch. Gut, dann laden wir doch mal den Overwatch, das hätten wir zwar auch vorher machen können, aber... Ich hab's nicht gemacht. Ja, das kommt doch mal vor. Ich seh, ich seh das immer hier oben links, ne, wenn ihr schreibt. Das seht ihr wahrscheinlich auch, oder? Mhm. Oh, seht ihr denn? Oh, jetzt bin ich auf das Bildschirm. Also wir sehen dir, wenn wir zuschauen, das nicht. Das ist gut, weil ich hab hier... Hey, Flo, hast du das Vollbild? Nee, ich hab hier so, äh, klein und daneben den Chat. So, dann schauen wir doch mal an. Hm, 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 hm. Also das kann ich alles oben links lesen, das wird alles eingeblendet, ne? Was? Nicht mal, nur mal so sagen, ne? Ach, deswegen schreib ich ja nur Scheiße. Ach so, ja, dann ist ja gut. Nicht korrekt der Scheiße, sondern Scheiße. soll es geht los gesteilt hat das war die es ist jetzt geht es nicht besser für mich einmal das Suspekt geht es ab das ist ein klar okay fertig da kommt vorspulen das vor Junge das kann man fast nicht sehen kannst du so machen dass man die Gegner durch die Wand sieht sieht man schon mal das ist die politiker mal besser gesagt letztes mal besser aus wir probieren wir mal schnell aus wartet Prozent ich breche mir nun schnappen geht es jetzt weiter es ist in quality jetzt besser warte das ist nicht angefangen ist zurzeit nicht verfügbar warte jetzt hat es draufgeklickt ja viel besser nein da steht die Übertragung von der Markus zurzeit nicht verfügbar also ich schau dir grad zu so warte kurz Philipp dann lade ich dich schnell ein äh wo ist er da geh nochmal raus und nochmal neu so zweite runde er hat immer er hat immer seine schwule äh Zeus dabei so schaust du die Übertragung zu so Philipp ist jetzt besser für dein Auge ja sehr gut kann man jetzt was erkennen ja wie sicher der da durchgeht mit dem Messer ey ja das stimmt das ist verdächtig warum geht man so durch ja stimmt aha was hat er jetzt gemacht jetzt zuerst meinen Teamkameraden anhitten warum das denn okay der hat in der Runde keinen Kill gemacht was ey was macht er denn ich glaub das ist eher so einer behindertes Spiel weil der hat den grad ohne Grund einfach angehittet wenn er das noch öfters macht dann Behinderung des Spiels immer mit seiner Zoll Alter der geht da der geht da einfach durch den Alter der hat doch Wallhack an das kannst du mir nicht sagen dass der einfach so durch den Smoke durchgeht der hat ne Arbe ja geh mal durch den Smoke durch was hundertprozentig dass da keiner ist what the fuck ey da steht eigentlich normalerweise fast immer einer da geht einfach mal mit dem Messer über den Sporn boah die war wunderschön die Fläsch warte die Fläsch was für ne kommt jetzt okay jetzt kommt ne Fläsch erstmal reingeschaut ja das, 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 das ist schon, schau mal, da hittet er schon wieder an ähm aber es, ja, ja ähm aber das, dass er halt immer mit dem Messer da voranläuft das ist jetzt also wenn er jetzt, wenn er jetzt dann gleich losläuft er nimmt, diesmal läuft er nicht durch diesmal nimmt er seine Waffe in die Hand und bleibt stehen weil da einer, äh weil da auch einer steht, diesmal letzte Runde ist keiner da gestanden der hat Wallhackern was hat er gerade gemacht? der hat Wallhackern ja weil, weil der, der, der geht halt einfach um die Ecke ist, äh weiß hat schon ins ja dass da einer oben drauf steht und geht halt einfach wenn keiner ist geht er einfach mit dem Messer und Pistole und so durch und wenn, und jetzt gerade ist er halt echt stehen geblieben einfach und so gesehen jetzt versucht er auch noch einen zu zeusen, ey war aber zu scheiße dazu wenn wir jetzt ab ok also, äh behindertes Spiel eindeutig schon mal Wallhack schaue ich noch ein bisschen ach ja, der hat auch Wallhackern der hat auch Wallhackern der hat Wallhackern ich will mal so einen richtig krassen Hacker mal erleben das war auch mal geil der so einen Negev nimmt und in den Boden schießt und alle killt das war mal lustig sowas wo und kommt aus blölölölöl dass es immer schön wie er seine P90 zeigt der hat eine USP sp mann ich ja alle daten vor heck an alle hatten wollen kann und nervt die ganze zeit die anderen türen wie wieder da auch gerade um die ecke gegangen ist also jetzt zu kaffee zu treffen und jetzt hat und jetzt hätte da wieder ein an also wohl heck und ja behindert das spiel das ist schon entscheidung gemacht aber mach ich dann ja genau das muss man auf einen viertel da oh ich wollte mich mal zwei mann wann kommt er zum kill was gehen da ist die geschwindigkeit so komisch rum ja das kann ich einstellen hier oh mann ich dachte jetzt zieht er jetzt auf den drauf ganz ehrlich wenn ich spiele und mich hätte die ganze zeit einer an das würde mir schon hart auf den sack gehen ja vor allem irgendwann musst du davon auch wieder rüstung kaufen weil die rüstung ja auch immer wieder ein bisschen weg geht ja jetzt hat er wieder eine zeus zeus spieler sowieso jede runde hier ist halt einfach ein bisschen weiß ne der verdeckt's schön aber der hat nen wallhack die haben die gefressen ja bei so einer aktion denke ich mir dann auch wieder was ist das für ein wallhack dann naja der schafft es ja gar nicht alter aber vorher hat er schon so ein paar aktionen gebraucht keine ahnung jetzt bringt er aber ja gut man muss natürlich auch mal wieder ein bisschen dann glaubhaft wirken vielleicht wie sicher er jetzt einfach durch die durch die durch die ding durch geht durch die what the fuck ey wow große kunst mein freund große kunst sowas kriegst du einen applaus oh ja oh ja und man schauen wir hier einfach mit messer da durch geht da könnte überall einer sein aber nein er rennt natürlich zielsicher mit messer zu b ich weiß genau das auf dem weg ja ja das sind die gegner und wenn es anders er weiß auch dass sie da sind ja schaut wie ich kitsch das ist dann genau man so tötet ihn kommt schon ok da ist vorbei da hat er jetzt aber wieder entweder hat es gut geschauspieler dass er nicht weiß dass der hinter dem transporter sitzt oder also wir haben hier spielbehinderung habe ich mal an ja weil der hittet die ganze zeit an das wird mir auf den sack gehen das ist nicht gut das ist das ist vermindert ja komm hau mir auch noch sichthilfe rein weil das ist das sache echt die ganze zeit mit messer rumläuft und außerdem entscheiden wir das ja nicht allein wenn er jetzt hat wenn irgendwie ich glaub zehn leute oder so kriegen das wenn neun davon sagen nein der hat nicht ich hatte wieder auch nicht deswegen wir sehen uns in der nächsten folge